Die Themen des Tages mit Matthias Löw. Grüß Gott. Bei der Bezirkstagswahl in Niederbayern hat die CSU die absolute Mehrheit verpasst. Insgesamt hat die CSU 49,7 Prozent der Gesamtstimmen bekommen. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhält die CSU 9 der 18 Sitze, die SPD 3, die Freien Wähler 2, die Grünen und die ÖDPs und die Bayern-Partei jeweils ein Mandat. Ein schwerer Unfall ist heute Nachmittag in Luderbach im Landkreis Rottal-Inn passiert. An einem Bahnübergang ist ein Motorradfahrer mit einem Personenzug zusammengestoßen. Der Biker wurde dabei schwer verletzt. Aktuell ist leider noch nicht mehr bekannt. Wir berichten natürlich weiter im Internet hier unter radiotrausnitz.de. Ist die Bezeichnung Nazi eine Beleidigung für einen Funktionär der rechten NPD? Darüber hat heute das Amtsgericht in Passau entschieden. Und das Urteil lautet, ja, der NPD-Mann darf als Nazi bezeichnet werden. Der damalige NPD-Funktionär hatte einen Deckendorfer Hochschulprofessor angezeigt, weil der ihn einen Nazi genannt hatte. Ein weiteres Thema ist natürlich auch nicht unwichtig hier bei uns in der Region. Und zwar, dass die Stadt Moosburg dem Freistaat Bayern einen Korb gibt. Es geht um ein Grundstück an der B11, das eben dem Freistaat Bayern gehört. Der möchte Gewerbe und Wohnhäuser bauen. Doch die Stadträte von Moosburg haben Bedenken. Warum? Das Bauvorhaben sei zu groß. Außerdem sei die Zufahrt an dieser Stelle zu gefährlich, hieß es im Moosburger Stadtrat. Am Mainburger Schulzentrum ist ein Raser mit 107 Stundenkilometern geblitzt worden. Da hat nicht nur die Polizei große Augen gemacht. Erlaubt sind dort nur 50. Der Raser ist selber Schüler und hat seinen Führerschein noch nicht lange. Seinen Lappen ist er für die nächsten zwei Monate dann erstmal los. Krebspatienten am Klinikum in Landshut sollen mit Vogelhäuschen aufgeheitert werden. Das ist ganz neu und die Vogelhäuser werden so in den Garten aufgestellt, dass die Patienten die Vögel vom Bett aus beobachten können. Finanziert wurden die Vogelhäuschen von Spendern.